Und herzlich willkommen zu Let's Play Graveyard Keeper, Folge 65 mittlerweile. Breaking Dead natürlich mit mir, dem Fürst des Friedhofs alias El Schwafel. Und es sind schon wieder zwei, drei Tage vergangen, seit ich gespielt habe und... Ich weiß nicht mal, wo ist der Stand der Dinge war. Wir bauen erstmal das Fertig hier, so. Genau, wir brauchten Blau für irgendwas, ne? War man nicht so? Irgendwas wollte ich doch haben. Dich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Dich nicht. Ich brauchte doch keinen Blau mehr. Ich hatte ja schon alles, ne? Wir waren nicht irgendwie hier beim Schmied noch irgendwie was? Ach nee, das hatte ich ja gelernt. Genau, wir brauchten Gold, damit wir unsere Kirche noch weiter verschönern können. Das war der letzte Stand der Dinge. So, war mal. Wobei, ich glaub, die Kirche war fertig, ne? Da waren wir doch bei 64. Was ist gerade... Oh Gott, was ist denn hier los? Ich hab ja hier bald mehr Leichen als alle anderen. Okay, wir kümmern uns erstmal um die Leichen. Das hat jetzt Priorität 1. So, 2, 4, 6, 8. Dann einmal eine Alkali-Lösung und dann die andere Lösung. So, du bist vollkommen in Ordnung. Bei dir müssen wir einmal gucken. Was wir machen, denn du hast einen Totenkopf zu viel. Du bist okay. Du bist okay. Du bist nicht okay. Dich müssen wir leider rausnehmen. Ja, und schon passt es. Es ging ja nur um die Totenköpfe, ne? Das heißt, ihr beide seid absolut aufwertbar. Mit dir ist gar nichts anzufangen. Und bei dir müssen wir auch mal gucken, was wir rausnehmen. Du hast auch zu viele Totenköpfe. Du musst bleiben. Ach, hier haben wir das Gehirn schon rausgenommen, ne? Warum hat denn der so viel? Wo hat der denn nachher? Weil das, ne? Es gibt noch 3+, und das Herz macht, glaube ich, auch nochmal 2+. Hm. Nicht so geil. Ehrlich gesagt. Ja. Ich pack mir erstmal auf Wartestellung. Mit dir weiß ich nicht, was ich mache. Irgendwas mit dir los ist. Das würde ich jetzt ja auch gerne mal missen. Das würde ich jetzt ja auch gerne missen. So. Ja, an dem hier können wir gar nicht viel machen. Dann nehmen wir einfach einmal das raus und verbrennen ihn. So. Da habe ich lieber ein schönes Teil, was ich nutzen kann für andere Leichen. Und hau dich auf den Grill. So. Einmal bitte brennen. Dann gucken wir mal weiter. Äh. Da fasse ich mal ganz kurz noch nichts an. Hier, noch so ein Kollege. Was stimmt denn mit dir nicht? Alles. Komm, bei dir nehmen wir sie dann raus. So. Und auch du bist jetzt auf die Bank gebracht. Dann haben wir auch wieder Platz hier. Ich bin gerade ein bisschen ruhig, merke ich gerade selber. Ich muss auch ein bisschen leiser reden, weil es schläft schon wieder alles hier bei mir. Oder muss ich irgendwo schon leiser sein. So. Da. Du kommst raus. Und dann bist du auch schon verarbeitbar. Dann müssen wir an der gar nichts ändern. Und können dich auch schon mal da hinpacken. Und du kriegst jetzt noch eine Klebelösung. So. Und hier können wir doch irgendwas austauschen, da bin ich mir sicher. Ähm. Genau. Nee. Ich glaube, dich können wir rausnehmen und dafür das andere Herz reinpacken. Das ist plus zwei. Da. Du kriegst einfach... Ach nee. Das war ein Gehirn plus zwei, ne? Ja, dann machen wir das Gehirn rein. Das passt auch. So. Und schon passt die Leiche auch. Du bist auch verarbeitbar. Was war mit euch? Achso, ihr wart auch beide verarbeitbar. Ja, sehr gut. Gut. Sehr gut. Hier müssen nur alle noch reichlich gedrängt werden. So, hier packen wir noch rein, was wir brauchen. Du bist gut. Und du bist gut. Und der Rest kann gleich weg. Du bist noch am Suppen. So, haben wir die 60 voll? Nein. Noch lange nicht. Das dauert noch ein bisschen. Und bald müssen wir exhumieren. Da freue ich mich drauf, wenn ich dann die ganzen Schrottileichen alle mal ein bisschen wegkriege. So, jetzt bist du aber fertig, ne? Immer noch nicht. Da kann ich ja so lang die Gedärme, die ich jetzt nicht brauche, erstmal hier reinschmeißen. Was machst du hier? Was machst du hier? Wo gehst du hier eigentlich hin? Da habe ich ganz viel in der Tasche. Warum das? Und da? Okay, irgendwas wollte ich bauen. So, du kommst mit. Du bist jetzt bei 2, 4, 6, 8, 10. Das heißt, einmal das raus. Einmal Fett raus. Hier kann ich schon mal eine Leiche nehmen und auf den Tisch packen. So, du kriegst erstmal eine Goldlösung. Und du wirst verbuddelt. Das habe ich gar nicht gezählt, ob das hier 12 sind, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Habe ich denn hier oben noch irgendwo Platz? Da habe ich noch einmal Platz. Und hier unten habe ich noch zweimal Platz. Ja, drei Leiche kriegen wir noch unter anderem. Muss ich exhumieren. Habe ich noch was hier auf Halde? Jo, sehr schön. Schwupp. Schwuppdiwuppdiwupp. Habe ich Geld? Wie viel habe ich? 2 Gold. Ja, ich spare mal ein bisschen Gold. Ich habe das ja jetzt das Gold für Gold ausgegeben die ganze Zeit. Wie weit ist es? Okay, können wir ruhig nochmal pennen gehen fix. Beziehungsweise nicht pennen. Wir können, ich glaube, ich wollte hier oben, ich wollte irgendwas bauen. Ich weiß nur nicht mehr was. Aber wir können für den Friedhof noch ein bisschen was weitermachen. Wird ja kein Bambu da. Ich muss mal kurz was gucken. Zum Steinbruch. Lieber Steinbruch, was ist hier los? Du bringst bitte wieder das, 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 das. Genau. Die Sachen darfst du gerne bringen. Also eigentlich auch nicht mal das, sondern das. Das können wir ja mal kurz machen hier, wenn wir schon mal hier sind. Ein bisschen Marmor mitnehmen. Weil wenn der Kollege immer nur Eisendiefe hätte. Das ist natürlich ein Quatsch. Und super, was hackt denn hier so? Aber ihr seid am Hacken. Ihr habt zu voll, ihr seid voll. Können wir hier noch eine Station bauen? Noch so eine Transportstation? Ja, könnte man. Weil sonst stehe ich ja hier noch drei Tage und... Nein, 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 jetzt aber rot durchlaufen. Das habe ich ja ganz vergessen. Schnell, Los Laichos ist da. Die müssen wir noch mal schon fertig machen. Oh Gott, ich bin gerade wirklich viel zu leise. Mensch, wie kann ich euch denn unterhalten? Ich weiß es nicht. Ich bin heute ununterhaltbar. Der Tag war einfach zu viel. Weil ich habe auch gestern sehr lang gemacht. Und habe dadurch wenig geschlafen. Weil mich vor 176 leider so mitgenommen hat. Ich glaube bis um eins oder wann haben wir gestern geschwitzt. Bis um eins, bis um zwei. Ich weiß das gar nicht mehr. Und haben uns eigentlich nur vorgenommen, wir wollen erstmal einen Teil der Karte mal fix erkunden. Ja. Oh, die ist auch so fech. Die kann auch so gleich, gleich damit auch auf den Tisch rauf. Ich sollte mal noch vielleicht so einen zweiten Tisch hier bauen. Zwei, vier, sechs. Ach, hier kann noch alles rein. Komm. Was kostet mich denn hier so ein zweiter Tisch? Den brauche ich, ne? Einen Balsamiertisch, ne? Ist doch einer, oder wie hieß der? Bist du ein Einen Balsamiertisch? Ich glaube ja. Ich glaube ich würde schon putzen, putzen, putzen Leichenräder. Ja, ein Balsamiertisch. Oh, der ist gar nicht so uneinfach zu bauen. Also, so einfach zu bauen. Vier davon, vier Zahnräder. Und zehn Holzplanken. Ich glaube jetzt sagen wir vier Holzplanken. Ach, das kriegen wir auch mit einer hin. Bin ich jetzt faul für. So, ein bisschen Marmor habe ich auch mitgenommen. Das heißt, wir können Marmor bauen. Noch für die restliche Energie, die wir haben. Und wo habe ich meinen Wein hingepackt? Dass ich keinen Wein in der Tasche habe. Könnt ihr mir das nochmal sagen? Da ist kein Wein. Hä? Ich habe die noch nicht ausgetaucht. Ich habe da nicht 30 Weinen getrunken. Brauche ich die denn in den Linken packen? Jetzt werde ich alt. Nu, Nu ist vorbei. Nu ist vorbei. Wollt ihr in den Keller? Da irgendwo? Hier so? Ah. Ich wollte gerade sagen. So. Das sieht doch schon ein bisschen besser aus. Tja, dann würde ich sagen. Machen wir erstmal wieder einen kleinen Abspech. Warte, machen wir erstmal das hier fix fertig. Und dann können wir eigentlich gleich wieder zur Leiche gehen. Wenn wir jetzt ein bisschen gepennt haben. Und da schon mal die nächsten Flüssigkeiten einleiten. Auf das sie viel schöner wird als all ihre Leichenfreundin. Zwei, vier, sechs, acht. Ja, und dann jetzt das übliche wieder einmal Klebe. Und einmal Alkale. So. Tjub, 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 tjub. Wobei ein zweiter Tisch schon cool wäre, ne? habe ich denn hier noch irgendwo vier zahnrädchen nein habe ich nicht baue ich mir doch einfach mal vier zahnrädchen was bräuchte dafür was das von dir bräuchte ich wo ist denn da das bräuchte ich gut da brauche ich vier von das heißt ich brauche noch viermal das quatsch zweimal einmal und dann noch drei mal ja doch vier mal und hier machen wir so lange weiter mit dem marmor an hätte kommen schon mal die holz das holz von die holzplanken brauchen ich glaube die konnte ich besser hier bauen aus den holzbalken ja das brachte mir mehr dann aber die holzbalken und daraus macht bitte ich brauchte nur vier planken ich glaube hier ich glaube vier waren genug guck mal marmor wird gelig werden also die waren immer so beschäftigt damit das eisen zu bringen dass wir das marmor vergessen haben so ist mir irgendwo platz hier ich möchte nichts hören ja ich sie es auch hier kommen schmeiß bitte hier rein und den short kann ich auch hier lassen und dich und dich und dich ne aber was hiervon brauchte ich doch ne dass ich mir das auch nicht merken kann vier balken achso eisenteile balken und dann diese gefäße vier stück genau vier 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 bloß bei holzbalken brauchte ich glaube ich mehr eine holzplanken oder ich glaube da braucht ihr noch einmal mehr das haben wir dann eikali eikali genau du kannst jetzt einmal eikali eingeflößt ähm zehn balken und nicht vier rufst du ich bin aber noch drauf gekommen gut wäre ich spät jetzt auch dann wäre ich wieder zurückgelaufen das heißt wir haben hier noch sechs und da haben wir die zehn ja das war es was ich wollte da haben wir die teile da haben wir dich und das dauert glaube ich noch ne du hast da auch noch ein breitchen da haben wir hier eigentlich noch euch drin ja sehr schön da ihr auch noch zwei holzplanken habt ach hier dich doch alles durcheinander sehe ich gerade ne aber scheiß da auch noch drauf so mhm 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 das hab ich schon geahnt hey auch die können wir gleich wieder verarbeiten ohne probleme das läuft ja wie ein länderspiel so dann machen wir noch ein bisschen in marmor während der rest hier so vor sich hin oxidiert ich hole ihn auch schon mal ab mhm 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 kein Eisenmeißel mehr na dann bauen wir uns da auch mal fix 9 das ist ja nicht das Problem und vielleicht auch ein paar Grabsteine könnten wir bauen die ich brauche das habe ich im Moment da nicht so viel machen wir nochmal 3 ja morgens ist Irrgebetstag da können wir auch mal 3 Mama Steine bauen rechts von mir schnarche ich die eine Katze links von mir die andere Katze und das Mikro höre ich meinen Sohn immer an schnarchen wir gehen pennen da ist er fertig und hier unten müssen wir noch warten ja okay wobei du kannst schon mal einen ich muss gerade sagen hier einen so getöpferten machen hier gehen wir Flux pennen und morgen beten wir denn stimmt ich habe eh kein Glauben mehr ach ja wir haben ja zu viel Glauben I remember und ich habe auch geguckt was wir brauchen um die Duft das Duftzeug herzustellen das war auch gar nicht so schwer aber ich habe es natürlich nicht mehr im Kopf ärgerlicherweise hier einmal fertig bauen bitte bitte dich noch einmal anwerfen wir gehen hier einmal die Leiche nachbasteln für die Duftkerzen dass wir da auch das Zeug kriegen aber gut wir verballern jetzt erstmal die normalen Kerzen du bist bereit dich können wir sogar noch einbuddeln hier kommt du kriegst noch Gold da erstmal reingeballert hier nehmen wir nochmal alles mit und einmal das Fett 2, 4, 6, 8, 10 und dann haben wir schon die nächste Leiche und eine können wir dann noch und dann geht es schon los mit ausbuddeln, geil da freue ich mich drauf schön die Leichen ausbuddeln so und hier kommt dann das schön rein da haben wir 56 sogar schon das geht hier auch rund ja und dann die eine da oben noch hin und der Rest ist ja dann für die Verbrannten für die Verbrannten ist das gedacht so und damit wir mal ordentlich Glaube kriegen wir haben jetzt mal ein paar Kerzen dazu boah die geben aber auch plus ne außer 3 Kerzen rein kriegst du plus 12 ey toll mit einer renne ich jetzt rum wie viel Qualität haben wir 121 ja kann man machen 121 Glaube mit Kerzen wenn wir da jetzt noch den Duft dazu packen dann geht das ab das ist ja unsere kleine Kirche so klein ist sie nicht mehr 6 Glaube habe ich schon genommen 18 haben wir das heißt wir sehen schon bei 24 und jetzt kommt noch was dazu na wie viel Glaube 1 2 das hat sich gelohnt da sind ja fast 10 Glaube oben drauf nur ihr habt aber schon achso das sind generell 4 mehr okay 42 Glaube ja sehr schön und gilt haben wir 14 30 40 Silber gekriegt nicht schlecht Herr Specht so und jetzt müsste auch das Material fertig sein womit wir den zweiten Einbalsamierungstisch uns hinstellen können können wir nämlich richtig loslegen na gut dann komme ich eigentlich schon gar nicht mehr hinterher mit mit dem Marmor weil ich habe ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Glaube die ich jeden Monat bekomme oder jede Woche da ist ja dann auch irgendwann vorbei so wo stelle ich den hin komm ich da noch zwischen dann geht das na ich gehe mal keine Risiko ein dann komm mal her Kollege du kriegst auch erstmal gleich eine güldene verpasst du bekommst verpasst eine silberne du warst okay du kannst auch gleich weiter verarbeitet werden ich glaube die beiden auch ja hier kommt also auch einfach auf den Tisch so haben wir das ja schade wir bräuchten mal wieder Leichen die wir verbrennen können und ich könnte wie gesagt auch langsam mal anfangen Gräber freizuschauen hier irgendwelche Einsergräber oder so ein Schnatter haben wir doch bestimmt 667 habe ich doch eins gesehen da ja komm mal her das geht ja gar nicht das geht ja gar nicht schawupp kann man noch zu Stein verarbeiten so du kommst auf den Tisch ob du noch ein gutes Organ hast für mich eventuell genau heute kam ja keine Leiche so wie sieht es denn bei dir aus eigentlich ist nur das Herz schlecht wenn ich das austausche verdammt dann kriegt er doch noch ein Zweweiler hier draußen ach ich kann ja hier habe ich noch ein Herz rumliegen nö ach weißt du was komm und das Herz das kannst du brauche ich dir wieder ein das wird mir verbrannt ich habe genug Zeug so du kommst auf den Haufen tut mir ja leid aber ich brauche auch Asche so wie sieht es bei dir aus dann kriegst du erstmal eine Alkali-Lösung eine Alkali-Lösung eine Laugenbrezel du bekommst einmal eine Silberinjektion und wir machen mal wieder ein bisschen Marmor weiter oh Gott wie lange nehme ich schon auf wie lange langweilige ich euch denn schon 24 Minuten dann haltet ihr auch noch 6 weitere Minuten aus nö das werdet ihr hoffentlich hinkriegen so ähm wir könnten auch einfach mal ein bisschen was hiervon machen was habe ich jetzt gebaut politische Marmor ja so geht es auch ne wollt ihr aber gar nicht ich wollte mich an euch versuchen Silberin kriege ich noch etwas Silbernes sehr schön so das machen wir jetzt einfach 5 mal mal gucken vielleicht haben wir ja Glück läuft läuft noch immer na ist er noch heil ne jetzt ist er kaputt ok dann bauen wir uns mal wie viel haben wir jetzt 4 2 davon und wieder 2 hiervon genau dann ist unser Glaube auch schon wieder weg so schnell kann das gehen wo habe ich zu viel davon gebaut schande über mich ich würde sagen eigentlich müsste ich nur noch Platz haben ach das Gebiet schleppe ich auch noch mit mir rum aber dich können wir auch hier lassen dann gehen wir fix pen und räumen dann gleich nochmal auf genau jetzt machen wir noch fix die Tasche leer eine Leiche können wir dann gleich verbuddeln dann haben wir ja die Startzone auch dabei oh jetzt habe ich den Kater wach gemacht oh der Blick hey man sorry ich bin ich von der Tridio so ach ja die können wir ja beide umwandeln haben wir auch schon wieder Platz los inventaros so hier nochmal fix die Getränke reinjodeln 2,4,6,8,9 genau du kriegst jetzt Klebeinjektion ja du kriegst Alkali hast du schon Blut und Fett können wir noch in der Tasche lassen davon brauchen wir eh Massen oder werden wir noch Massen bekommen das brauche ich jedes Mal auswählen so dann kommt hier der Sensenoperin einmal Sensen bitte und dann kommt hier unten einmal der Sensenoperin halt ja dann ist jetzt auch hier Sensen die ist falsch gesetzt ach so die war ja auch sowieso falsch okay die kommt irgendwie nach hier na Fridu was sagst du 683 das geht voran so 2 12er Leichen können wir noch verbunden dann muss ich weiter exhumieren du brauchst noch ein Sekündchen aber wir müssten auch gleich eine neue Leiche kriegen oder habe ich auch noch gehört nur 2 ganz kurze Sekunde nochmal wir haben noch äh 4 Leichen die wir kriegen das ist okay 2 4 6 8 10 dann geht das hier gleich weiter ja komm typ 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 das hier fast wie bei Overcook dieses Kochspiel 2 4 6 8 10 auch du bitte einmal hier lagern du bist ja schon richtig weit ach so und wie siehst du aus kann ich dich auch gleich auf den Tisch packen ne ne kann ich nicht okay aber ein von euch ja komm hier irgendwas irgendeine Lösung finden wir schon für dich versteht dir irgendeine Lösung ha hast du auch hier wieder einmal das Blut raus einmal das Fett raus und schon bist du eingeliecht also hier schon wieder eine Zwerverleiche oh wie einfach das jetzt geht was ich mir anfangs mit dem Kopf gemacht habe weil die eine Kerze schleppe ich noch mit mir rum fänden wir zu ein ne so hier waren alle nur noch die zwei Gräber hier da haben wir noch ein Fünfer sup dann muss ich bloß mir merken dass das ne sehe ich ja was für Leichen drin sind ne wenn ich später mit E herangehe ich wollte gerade sagen nicht dass ich nachher dastehe und anfange die die ganzen guten Leichen aufzubauen ähm wo warst du jetzt du warst ne 2 4 6 18 genau die machen wir auch noch fix fertig ich habe jetzt sogar einen Dark Brain gehabt also hier haben wir ja richtig Zeug reingepackt versaut ne okay vielleicht sollte ich mir die Leichen doch vorher nochmal angucken vielleicht spare ich mir dann den einen oder anderen Trank allein durch dass ich die Organe ein bisschen switche das wäre glaube ich cleverer als sie immer gleich so voll zu pumpen so vor allem haben wir doch die Zeit und den Platz mittlerweile und auch du sollst einen Fünfer kriegen und dann kommen wir auf Friedhof 695 okay dann machen wir nächstes mal die 700 vor allem es war jetzt schon fast zu knapp als dass ich sagen würde okay wir machen jetzt Schluss bis morgen mit 695 aber gut so und bevor ich an dir weiterbaue gucke ich erstmal was hast du an Organe das ist okay das ist okay das ist jetzt nicht ganz so geil was haben wir noch rumliegen gar nichts nur noch ein gutes davon nö kannst wieder auf den Tisch alles okay bei dir mhm jetzt du kriegst das und du kriegst das gar nichts ich nehme dich auch erst noch einmal mit auf den Tisch weil wenn dir diese Dark Organe diese Lila Organe haben die machen da so viel guckst du wie der hier kann ich rausnehmen was hatte ich noch rumliegen jetzt ne geht der aber ne nochmal 2 4 6 7 8 9 ach was so ist ich mache einfach so weiter dann brauche ich nicht rechnen bei dem mir fehlen auch gerade gute Organe aber gut ja klar ich muss ja Leichen erstmal zerstören damit ich ihre Organe bekomme okay machen wir anders hast du irgendein richtig gutes Organ irgendwas wo man sagt geil jetzt habe ich bei denen schon Getränke verschwendet ui ihr merkt schon wir laufen hin und her okay die machen wir jetzt noch fertig mit Tränke und dann beim nächsten gucke ich da ein bisschen genauer nach wie zum Beispiel bei dir du siehst eh nicht so gut aus du hast nämlich glaube ich nur 4 Weiße so du hast aber dafür ein tolles Herz das können wir bei dem anderen verwenden du hast ein tolles Herz und tolle Innereien das heißt tolle Innereien aber standardmäßige kannst du Austausch gegen diese Orangen Innereien du bleibst hier du bleibst hier du bleibst hier ja ihr seid alle okay und du kommst davor Bescheid auf weil oh Gott entschuldigt das war gerade laut vor ich hoffe glaube ich es tut mir leid ich schäme mich so dann machen wir dich hier rein auf dich und dich und dich schleppe ich auch zur See noch mit mir rum so zwei zwei Leichen müssen eine Leiche muss noch brennen eine muss noch brennen so dich gucken wir uns dann auch nochmal an irgendwas fehlt hier drin oh genau Magen hier kriegst du ein Sehner ein und schon brauche ich weniger Tränke für die wenn ich die mache weil die ja schon so richtig gut ist so du bist noch dabei ich glaube aber zeittechnisch hat es sich jetzt auch erledigt du bist jetzt schon fertig Moment hier stimmt was nicht ich habe einen davon zu viel zu viel ab jetzt kriege ich nämlich nur noch verdammt ich habe missgebaut was habe ich noch rumliegen zwei davon oder ein zwei das ist jetzt können wir austauschen oder das ne das Herz okay haben wir Glück gehabt hätte ich schon fast missgebaut da muss ein anderes Herz rein da war ein Roter schon zu viel jetzt siehst du gut aus zwei vier sechs acht so dann kriegst du noch eine Klebeinjektion fast du schon aber sag nicht du hast noch keine Gold ich will nichts hören ich will nichts hören ich möchte nichts hören das ist jetzt wieder raus und das alte Herz wieder rein und jetzt kann ich auch eine Goldinjektion rein machen ne so wir gehen pennen wir warten noch kurz auf die nächste Leiche ach schon hier viel zu lange jetzt viel zu lang und morgen nehme ich auch wieder tagsüber eine auf wenn Kind und Frau weit weg sind dann kann ich auch wieder laut reden und meine ganze Inbrunst euch entgegenwerfen so how you look zwei vier sechs acht dann kriegst du eine Alkali na komm 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 schub sie runter Esel ich wollte schon sagen enttäusch mich nicht sowas haben wir hier sehr schön äh schon fast zu schön das ist eine Verbrennungsleiche eindeutig da müsste ich zu viele Organe austauschen ja sehr schön freue ich mich auch so wir haben unsere Dings voll ne ne haben wir nicht noch nicht wenn die Leiche da abgefuckt ist dann haben wir es voll dann können wir ja bauen wir jetzt auch noch dann machen wir das auch noch fertig dann habe ich äh wieder für eine Uhrenhalle alles parat na hörst du gleich auf zu brennen hörst du auf zu brennen hörst du auf ja jetzt habe ich alles für eine Uhrenhalle für eine Uhrenhalle parat und zwar eine Marmor die braucht ja auch wieder die Dinger ne so habe ich die 60 Asche drin ne dann mal rüber mit dir damit ich das nächste Mal gleich weiß was ich machen will du gehst in die Tugis-Zimmer so sehr schön und wir gehen jetzt pennen so und den Schluss für heute ist hier im roten Karton wir haben es schon wieder kurz vor Geisterstunde das heißt Buhu für den Fürst des Friedhofs ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen sage einfach bis morgen macht's gut und euch einen schönen Moment die Folge wird ja ausgestrahlt jetzt was ist denn heute Donnerstag das heißt morgen am Freitag wird's ausgestrahlt also euch einen schönen Freitag einen schnell näher kommenden Feierabend und ein schönes Wochenende aber wir sehen uns ja eh nochmal bis dann ciao